Aufnahme. Auf der Box. Ich selber noch filmen. Am besten mit ihm festhalten, für mich wackeln. Ja. Ja. Alter. Geisteskrank. Hast du das gesehen? Er ist an uns vorbeigefahren, als würden wir stehen. Ja. Ich hab ja wirklich Gassi in Osnib. Also doppelt so viel PS wie ich. Geisteskrank. Geisteskrank. Ja. Geisteskrank. Was hat das für Maschinen? Geisteskrank. 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 Das war's. Das ist komplett irre. Kommt der jetzt an uns vorbei? Ja, genau. Geil. Das ist wahnsinnig. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau. Die Zeit jetzt. Was denn? Ab wann? Jetzt. Ich hab die Zeit genommen, als wir unter dem BMW Ding durchgefahren sind. Ja, ja, genau. Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Wir sind bei 1,27 kmh. Wie viel? 1,27 kmh. Kann nicht sein. Wieso nicht? 1. 1. 1, ja. Das ist ja irgendwie vollständig gut. Kann nicht sein. Wieso denn nicht? Das ist ja eine Formel 1. Ja, wir sind ja noch nicht durch. Ach so, bis jetzt? Ja, bis jetzt. So. Warum in 1,2 kmh? Kann ich das in einer Minute? 1,25 kmh. Geisteskrank. ider? Was? 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 Jetzt muss ich ein bisschen mehr durch sein. Achtung, 3.15.